Wegs nach 25 Glendif Lane. Verhaftung mit hohem Risiko. Hier ist nämlich auch noch ein Eingang und den will ich auch gerne noch untersucht haben. Blau, aber wir haben gar keinen Stab. Dann mal mir am Arsch kleben bleiben. Dann gucke ich mal unter der Tür durch. Ich muss dann schauen, ob da jemand in der Garage ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Jungs, dass er das nicht alleine gemacht hat. Okay. Scheint alles clear zu sein. Dann wollen wir hier aber keine Überraschungen haben. Keile einsetzen, Jungs. Ich bin zu alt für Überraschungen. Sehr schön, wir haben wieder am Arsch kleben. Legen wir uns mal wieder etwas schneller. Nochmal Team Rot unter der Tür nachschauen. Ich habe es leider nicht gehört über Funk. Keine Kontakte zu sehen. Keiner zu sehen. Machen wir einen auf Hollywood. Öffnen und eindringen, wenn ihr bereit seid. Los geht's. Gehe ich wieder auf die Seite und ihr macht das, Jungs. Sorry für den Weg stehen. Öffnen und eindringen, habe ich gesagt. Abgeschlossen. Befehle? Abgeschlossen. Zeigen wir doch mal. Und zwar, wir müssen auf die Geißlaxten. Keine Tür aufknallen, Schloss knacken. Öffne das Schloss, Sir. Sehr schön. Ich muss ja noch an Melinda Klein denken. Und ihr auch, Jungs. Wir dürfen sie nicht sterben lassen. Öffnen und eindringen. Bewegung! Bis jetzt alles klar. In Position. Nachhut reingehen. In Position. Alles klar. Wir sind im Haus und rücken weiter vor. Roger, vorsichtig vorrücken. Okay. Wir sind drin. Bis jetzt niemand zu sehen. Ich gucke hier mal unter der Tür durch, Jungs. Niemand. Und hier drüben ist alles zu. Öffnen und sichern. Ich sagte, öffnen und sichern. Auch wenn ihr ein bisschen vor unsicht seid, durch die ganzen Kakerlaken am Boden hier. Los, los, los. Zeit für den Alter oder ich lege die Kammer. Sofort auf den Boden und runter. Sofort auf den Boden und runter. Los. Hier alles okay. Jackson, hier alles okay. Ich möchte nur terrorisieren Sie gern, alte Damen. Wenn du mich hören kannst. Die Dame nehmen wir später fest. Tim Roth unter der Tür nachschauen. Verstanden, Boss. Dann gucke ich hier mal ins Klo rein. Sich irgendjemand auf dem Klo versteckt hat. Niemand zu sehen. Nicht gerade niemanden. Guckt ihr hier nochmal rein. Ich konnte gerade nicht. Ich habe ein bisschen schwitzige Hände, weil ich selber gerade ein bisschen nervös bin. Los mit mir tauschen. Hier war niemand zu sehen, oder? Habt ihr gesagt. Keine Kontakte zu sehen. Okay. Und das sagt ihr hier. Hier auch noch unten durchschauen. Die alte Dame. Die wird sich ja wohl nicht wehren. Hier war niemand. Und ich habe gesagt, ihr sollt hier unter der Tür nachschauen. Verstanden, Boss. Muss in Stellung gehen. Das wäre nett. Danke. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier oben keiner ist. Niemand zu sehen. Okay. Hier ist wirklich niemand zu sehen. Ich weiß hier, dass ihr hier mit Gas reingeht. Und die Ecken können wir leider nicht sehen. Deswegen Gas und rein da. Ich sagte Gas und rein da. Danke. Was man immer so umständlich machen muss. Dann mal los. Und schön sagte. So weit, so gut. Weiter die Wände. Alles klar. Reynolds. Hier alles okay. Mal ein Kinderzimmer von ihm, wie es aussieht. Sieht sehr unscheinbar aus, Jungs. Was ist hier nochmal für ein Zimmer? Ist hier auch nochmal. Es wird wahrscheinlich der Schlafsaal der Mutter sein. Öffnen und eindringen. Ich sagte, ihr sollt hier reingehen und nach drinnen gehen. Jungs, aber heute haben wir aber ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Das muss mit Training kuriert werden. Bevor wir weiter nach unten gehen. Wir gehen da rein, Jungs. Ist jetzt alles klar. Los, vorwärts. Okay, Sierra 1. Hier ist keiner. Dann nach Rücken. In Position. Dann werden wir erst mal weiter nach unten vorrücken. Die nette Dame zur Kooperation überreden. Oh, mein Herz. Zivilperson kooperiert. Oh, mein Herz. Ich hab dich im Augen gebracht, Roger. Rücke vor. An Vorrücken. In Position. Nimm die nette Dame fest. Wir sind gleich da. Verstanden. Bin dran. Wir bringen sie hier raus. Schön langsam. Gefesselte Zivilperson. Doch, ihr Einsatzteam. Die Mutter von Farfax ist in Gewahrsam. Kann abgeholt werden. Verstanden. Daran bleiben. Okay. Dann lassen wir den alten Mann schnell durch. Okay. Rot. Unter der Tür nachschauen. Roger, Sir. Blau. Die Tür. Ihr könnt ja nicht unten durchschauen. Ihr habt da keinen. Keiner von euch hat einen Stab dabei. Warum auch immer. Mal nachgucken, ob der da was sieht. Keine Kontakte zu sehen. Gefällt mir nicht. Hier kommen wir wieder nach draußen. Dann würde ich sagen, öffnen und sichern. Aber als großes Element. Öffnen und sichern. Ich hab's. Danke. Ich stehe natürlich im Weg. Weil die Herrschaften brauchen da immer so viel Platz. Dann mal los. Und schön sachte. Raum gesichert. Verdächtige Person. Nach uns. Waffen fallen lassen. Okay. Wir haben den Kontakt. Waffen fallen lassen. Waffen fallen lassen. Polizei. Waffen fallen lassen. Los. Polizei. Waffen fallen lassen. Hände hoch. Dali. In Position. Alles klar. Okay. Wichtige Person zur Verhaftung bereit. Gut. Ist das Mr. Farfax? Ach, ach, ach. Unten bleiben. Polizei. Hände hoch. Erstmal die Waffe mitnehmen. Danke. Mr. Farfax. Schön, dass wir Sie endlich hier in Ihrem komischen Terrain. Was halten Sie sich hier eigentlich? Mr. Farfax, festnehmen bitte, Herrschaften. Schön langsam. Verstanden. Bin dran. Danke. Nein. Sie tun mir weh. Ich will nichts hören. Und ich kann meine armen Lieben nicht allein lassen. Meine armen Lieben. Torki-Einsatz-Team. Haben Mr. Farfax festgenommen. Kann abgeholt werden. Verstanden. Wachsam bleiben. Okay. Den Hauptverdächtigen haben wir schon mal festgenommen. Äh. Was ist denn das hier? Ratten? Okay, Jungs. Wachsam bleiben. Auch wenn wir unseren Hauptverdächtigen aus dem Verkehr gezogen haben. Es hat mir irgendein Gefühl, dass wir hier nicht alleine sind. Hier mal unten durchspielen. Ruhig bleiben. Okay, das war die Garage. Da wissen wir, da war niemand zu sehen. Hier war die Mutter. Was macht denn nicht die Kamera hier? Das gefällt mir nicht. Spiegeln. Okay, bin dran. Danke. Blau, nachrücken. Verstanden. Sind unterwegs. Alles klar. Okay. Ich hab kein gutes Gefühl. Ich auch nicht. Nicht mit der Kamera hier. Niemand zu sehen. Okay. Dann hier noch spiegeln. Ich sagte hier noch spiegeln. Bin dran, Sir. Danke. Immer muss ich aggressiv werden. Meine, meine Fresse. War echt eklig, was hier abgeht. Was haben die nur mit diesem Haus gemacht? Weißt du es? Weiß sie nicht. Fehlt's? Keine Kontakte zu sehen. Keine Kontakte zu sehen. Sie stehen in meiner Schusslinie, Sir. Das hab ich mir angenommen. Du kannst mal aus dem Weg checken. Du stehst im Weg. Danke. Keine Kontakte zu sehen. Wie ist es? Sie ist verschlossen. Jungs, Schloss knacken. Verstanden. Danke. Hole Dietrich heraus, Sir. Bin ich gut. Gefällt mir. Das Zeug aufschließen. Es ist offen. Also, Jungs. Wir werden hier wahrscheinlich was sehen, was uns nicht gefallen wird. Deswegen macht euch gefasst. Öffnen und eindringen. Seid für den Einsatz. Los, los, los. Keine sichtbaren Bedrohungen. Gehen weiter. Raum gesichert. Bereich gesichert. Das ist widerlich. Was zur Hölle ist das? Da waren unsere Leute wohl... Weg gehabt durch die Mitte. Da waren unsere Leute doch... Alles klar. Doch. Auf dem richtigen Weg. Guckt euch das mal an. Der hat das alles feinsäuberlich aufgenommen. Und was ist das? Ist das ein... Ein Video? Ist dieses Video live? Ich glaube, das kommt aus dem Haus, Jungs. Und ich vermute, dass hier noch mehr zu finden ist als nur das. Hat er also die ganze Zeit damit gerechnet, dass man ihn findet? Das ist einfach nur krank. Aber egal. Wir sind... Wir haben ihn festgenommen. Er wird seiner gerechten Strafe schon zugeführt. Jungs. Und der Tür nachschauen. Ich glaube, ich muss dir helfen, Filz. Kann das sein? Jo. Sehr schön. Los mit mir tauschen. Gut. Echt widerlich, was er hier macht. Niemand zu sehen. Niemand zu sehen. Okay. Dann gehe ich mal voraus. Ihr musstet bis jetzt immer. Was zur Hölle ist... Torkier Eindringteam. Nicht identifiziertes weibliches Opfer gefunden. Braucht medizinische Versorgung. Roger, informiere Rettungssanitäter. Halte uns auf dem Laufenden. Meine Fresse. Was ist das denn ekliges? Ein Puppenkopf? Hat er die... Hat er die zum Spaß... Ich will es nicht weiter kommentieren. Meine Fresse, ist das eklig. Nachrücken, Jungs. Torkier Einsatzteam. Nicht identifizierte weibliches Opfer. Braucht umgehend medizinische Hilfe. Verstanden. Rettungssanitäter bereit. Das geht ja noch weiter nach hier unten. Sie versperren mir die Sicht. Das wird... Das wird wohl... Heiliger Sigmund Freud. Ja, das kannst du aber laut sagen. Gehen wir weiter. Das geht also noch weiter nach unten. Ihr seid hinter mir. Was ist denn hier? Um Gottes Willen. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Oder der Tür nachschauen. Okay, bin dran. Team Blau. Hinter Ihnen. Das ist gut. Was ist das hier denn für eine privere Scheiße? Ich weiß. Eine Person. Unbewaffnet. Unbewaffnet? Position ändern. Wenn das Melinda klein ist, ist das Beste, wenn nur ich ankomme, weil sie sich nicht erschreckt. Polizei, warte. Oh Gott. Bring mich hier raus. Mei. Hat er die hier alle festgehalten? Keine Angst. Die werden sie in Sicherheit bringen. Rot. Festnehmen. Bleiben Sie da drin. Alles wird gut. Sie wählt Personensicherheit. Zurück zum Akku. Wir haben Melinda. Toc, ihr Einsatzteam. Haben Melinda Klein gefunden. Kann betreut werden. Bestanden. Wir sind für Sie bereit. Gut gemacht, Jungs. Keiner wurde verletzt und Melinda Klein konnte gerettet werden. Sie befindet sich zur Zeit in medizinischer Betreuung. Ebenfalls konnten wir Farfax festnehmen und er wird morgen dem Haftrichter vorgeführt. Nun habt ihr euch eine Auszeit verdient. Wir sehen uns beim nächsten Auftrag.